An diesem Wochenende haben weiterhin viele Bootsmigranten die italienische Insel Lampedusa erreicht. Allein am Samstag sind zehn Boote mit 430 Menschen an Bord dort angekommen, die zuvor im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Am Freitag waren 247 Personen angekommen. Wegen des warmen Wetters und der relativ ruhigen See versuchen viele zurzeit, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Den Berichten zufolge ist das Erstaufnahmezentrum auf der Insel überfüllt.